Metallica muss sich wohl nicht vorstellen, weil sie zu den größten und erfolgreichsten Bands im Metal gehören. Seit der Teenager-Zeit sind sie meine absolute Lieblingsband. Deshalb hat es dann auch nicht lange gedauert, dass ich damals schon mit 17 die saarländische Tribute-Band Metakiller im Kolossal Aschaffenburg entdeckte. 15 Jahre später habe ich den Bassisten geheiratet. Aber das ist eine andere Geschichte. Metakiller erzählen uns in dieser Folge, was für sie Tribute bedeutet und alle Instrumenten-Nerds werden hier auf ihre Kosten kommen. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Die Jungs sprechen sie natürlich originalgetreu Metallica aus. Aber wie ihr hören werdet, ich bleibe meinen deutschen Dorfwurzeln treu und bleibe weiterhin beim Wortlaut Metallica. Ich stehe hier mit der Band, die ich am häufigsten gesehen habe bisher. Hallo Jungs von Metakiller, der Metallica Tribute Band. Fang du mal an. Ja hallo, mein Name ist Chris. Ich bin der Gitarrist und Liedsänger von Metakiller in der Rolle von James Hetfield. Hallo, hier ist der Alex. Ich bin der Kirk Hammett von der Metallica Tribute Band Metakiller. Servus, hier ist der Thorsten. Ich bin der Drammer von Metakiller und ich spiele den Lars Ulrich nach. Hi, ich bin der Dominik und ich spiele Bass. Ich bin Robert Trujio. Super, vielen Dank. Was ich ja auch immer ganz oft gefragt hat. Wie lange gibt es die Jungs schon? Warum eigentlich Tribute Band und nicht Cover? Was ist der Unterschied? Also wir haben uns im Jahr 2005 gegründet und der Unterschied zur normalen Coverband ist einfach, dass wir das Ganze authentischer gestalten bezüglich Kleidung, Aussehen, also Outfit und auch vor allem auch Instrumente. Was ist euch da besonders wichtig? Also wie tief geht das? Also wie sieht das aus? Wie nah kommt ihr ran ans Original? Ja, wir hoffen doch halt sehr nah. Unser Gedanke ist halt, dass auch Personen, die zehn oder zwanzig Meter vor der Bühne stehen, das Gefühl haben sollen, Metallica steht wahrhaftig selbst auf der Bühne. Das ist unser Anspruch und deswegen wollen wir das auch so original wie möglich gestalten. So, jetzt gibt es euch ja nicht erst seit kurzem, wie ihr gesagt habt. Wo konnte man euch schon überall sehen? Was war da so dabei an großen Gigs? Ja, wir hatten also 2005 ja wie gesagt angefangen, noch relativ klein, in kleinen Kneipen, Clubs kamen eigentlich erst zwei, drei Jahre später hinzu. Der große Durchbruch war für uns 2008 in Wacken. Da wurden wir angefragt als Band und da hat man wirklich die Ehre gehabt, halt in einem schönen, großen Festzelt zu spielen und quasi am Eröffnungstag von Wacken, das war Donnerstags, zu eröffnen. Das hat also richtig Spaß gemacht und ja, vor allem war es halt auch so, dass wir, sagen wir, das Publikum doch schon sehr euphorisch vor der Bühne stehen hatten, als Intro schon begangen, also der Klassiker von Metallica natürlich auch, das Intro, das mal läuft, ja, das Publikum eigentlich schon mehr oder weniger beim Intro ausgeflippt ist und wir eben neben der Bühne gestanden hatten und wie Flummis da rumgesprungen sind und schon sehr aufgeregt waren und dann auf die Bühne konnten. Das war schon ein großes Erlebnis und war für uns auch gleichzeitig schon ein Sprungbrett, um aus den kleinen Kneipen, aus den Clubs, kleinen Clubs rauszukommen und wirklich auch größere Anfragen bekommen haben. Das war halt schon eine schöne Sache und so ist es dann stetig immer weiter bergauf gegangen mit Auftritten, mit Anfragen. Die Qualität der Gigs und die Größe wurde auch immer größer und ja, was kam noch? Da kamen noch solche Sachen, die Alpenflair dazu zum Beispiel. Ihr durftet vor Heino spielen. Nein, Heino durfte vor uns spielen. Genau. Böse Fehler, Entschuldigung. Und die Kastelruter Spatzen waren auch vor uns. Ja. Und die Gotthard waren vor uns noch sogar. Ja und ansonsten von Clubs in Deutschland, wo seid ihr da so unterwegs? Ja, da kommt einiges zusammen. Zum Beispiel unser Wohnzimmer, das Kolossal in Aschaffenburg. Der Kolossal. Der Kolossal, Entschuldigung. Ja, das haben wir ja alle gelernt in meiner letzten Folge, ja. Genau, vom Klaus, ja. Und wie gesagt, da sind wir seit 2007, glaube ich, fast jedes Jahr immer zugegen und die Hütte ist immer ausverkauft. Das ist auf jeden Fall auch einer der Lieblingsclubs, von uns. Ganz aktuell haben wir die Bochumer Zeche, ist ja auch sehr bekannt. Dort sind wir jetzt auch zum dritten oder zum vierten Mal eingeladen. So kann es auch gerne weitergehen. Was habe ich vergessen? Es sind so viele Clubs. Ruhrpott ist generell sehr gut besucht bei uns immer. Sehr viele Konzerte. Genau, genau. Es ist eigentlich alles dabei. Ja. Quasi Modo. Ja, in Firmasens. Jetzt kommt auch noch Stuttgart unten, Dormettingen dazu. Ein Riesending. Ja, also es geht über verschiedene Bundesländer. Nicht über alle, aber fast über alle. Und auch die angrenzenden Länder wie Luxemburg oder Frankreich sind jetzt auch mit dabei. Ja, wie gesagt, das ist auch noch bei Alpenflair in Italien. In der Schweiz hatten wir auch schon. Genau, Schweiz. Genau, Schweiz auch schon. Ja, jetzt sogar demnächst in Amerika. Ja, da sind wir Gast. Nein, Amerika nur am Rande. Also Amerika hier in Deutschland und zwar bei unseren Freunden von in Rammstein. Nicht von Rammstein, sondern in Rammstein von der Airbase. Da sind ja, das ist eine große Ehre für uns, dort angefragt worden zu sein, für den Independence Day mitzugestalten. Also wir feiern mit den amerikanischen Freunden gemeinsam den Independence Day. Und das ist ja auch schon was ganz Besonderes. Also ein sehr amerikanisches Publikum. Ja. Und ich bin sehr gespannt, was ihr danach auch so erzählt, ob die anders gefeiert haben. Ob das eine andere Feierkultur ist wie, ja, bei uns in Deutschland. Freuen wir uns auch drauf. Ja. Und natürlich, weil ihr ja dementsprechend euch ja auch immer wieder weiterentwickelt, beziehungsweise auch das mit dem Tribute immer genauer nehmt, sieht man das auch auf der Bühne. Das heißt, die ein oder andere Gitarre kommt da ja als auch wieder zum Vorschein. Zuletzt gab es den Karl. Genau. Den Nachbau. Also es ist ja auch so, was ihr so mit auf der Bühne habt, das ist ja, also die meisten Sachen sind auf jeden Fall nicht von der Stange. Und viele kennen das ja auch gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt, sich Gitarren bauen zu lassen. Was habt ihr denn da so für Erfahrungen mitgemacht? Also mit Gitarren bauen habe ich es bauen lassen, wenige Erfahrungen. Ich habe immer bisher meine Signature-Gitarren, entweder zum Teil, wenn es die zum Kaufen gab, gekauft, ESP-Gitarren, ja. Aber ich habe aber jetzt, ja, so fünf, sechs Stück habe ich mir dann tatsächlich nachmachen lassen. Ganz, eine ganz bekannte ist ja die Mummy von Kirk Hammett. Dann habe ich auch die White Zombie. Die habe ich mir auch dann von eben einem Airbrush, den ich gut kenne, komplett originalgetreu nach, der hat den komplett nachgebildet nach meinen Vorlagen. Ich habe den also Bilder gegeben von Kirk Hammett, von seiner Gitarre und der hat die dann komplett dann, diese Grafik dann nachkreiert als Airbrush. Ja, so diese, die aktuellen Purple Sparkle Ouija und die Red Sparkle Ouija, das sind so die Gitarren, die ich mir auch, auch dann, praktisch dann lackiert habe. Also von einem versierten Gitarrenlackierer auch, ja. Und der Grafik, alles drum und dran, habe ich alles selbst gemacht. Und man versucht schon einfach dann da so, die Gitarren, an so an die Gitarre ranzukommen, weil jetzt gerade speziell diese Ouija Red Sparkle und die Purple Sparkle sind im originalen ESP, also gar nicht zu bezahlen. Also das kam für mich gar nicht in Frage. Aber so habe ich mir die eben nachmachen lassen und als Replika und das sieht absolut original aus. Man sieht keinen Unterschied, dass es keine originale, es ist eine ESP, es ist gebraucht gekauft worden und die wurden von mir dann, wie gesagt, dann nachgemacht. Und das ist schon, ja, eine schöne Sache. Sieht sehr authentisch aus und gefällt mir auch sehr gut. Viel Liebe zum Detail. Auf jeden Fall. Ja, dann haben wir noch die Bauvarianten. Tja, die Bauvarianten, klar. Ich habe natürlich auch ein paar Gitarren sozusagen von der Stange ESP und LTD, Iron Cross zum Beispiel, ein älteres Modell, die Truckstar. Das sind gekaufte Modelle. Also es war auf jeden Fall ein Glücksgriff, beziehungsweise kam ein Kumpel auf mich zu, der Gitarrenbauer ist und hat sich da mal unterhalten. Und er hat mir dann vor zehn, ja fast genau zehn Jahren die Ken Lawrence nachgebaut, also die mit der Bubinga Decke, Margoni Holz. Das war so der erste Bau, von der Gitarre, wo mich auch richtig interessiert hatte, weil sie auch einfach geil aussieht. Ich wurde da auch nicht enttäuscht. Die war einfach mega. Dieser gute Freund hat mir dann auch noch die ESP Eat Fuck nachgebaut, die James Ende der 80er schon spielte. Und ganz aktuell halt dieses Modell Karl. Das, was der James Hetfield sozusagen als neueste Gitarre im Repertoire hat. Ja, wie gesagt, die Liebe zum Detail ist ja ganz oben zu sehen. Ganz filigrane Arbeiten, die man dann auf den Griffbrettern sieht. Das ist einfach, das ist einfach original. Und dann macht es natürlich auch doppelt so viel Spaß, hier ein Tribute zu machen. Also man merkt ganz viel Qualitätsanspruch an der Stelle. Genau. Ja. Ich gucke mal hier auf die Bassseite. Da weiß ich, da gibt es auch einen Bass, der... Auf die E- oder auf die A-Seite. Oh Mann, ey. Ich weiß, du hast ein Bass nachgebaut, also nachgebastelt, und zwar den Maya-Bass von Robert Trujillo. Azteken-Bass. Azteken-Bass. Das sind zwei verschiedene Kulturen. Ich weiß, und eigentlich müsste ich es wissen, weil ich letztens in so einem Land war, ne? Ja. Aber so bin ich vom Dorf. Ja, das hast du ja auch komplett selbst nachgebastelt. Ist das wieder? Ja, musste ich leider selbst machen. Robert hat seinen ja gebaut bekommen von seiner Frau. Da gucke ich jetzt an die Moderatorenseite. Die zufällig die Frau ist von diesem Bassisten, ja. Ich habe zu Hause mir einen Brandmalkolben geschnappt, habe dann wochenlang an Holzstücken geübt, wie diese Brandmalkunst geht, bis ich mich dann endlich an meinen Bass herangetraut habe. Ich hatte echt Angst, den zu verhunzen. Hat zum Glück alles geklappt, sieht sehr gut aus, ist seitdem immer im Koffer dabei. Ja, auch definitiv was Besonderes. Das habe ich persönlich jetzt auf jeden Fall bei keiner weiteren Tribute-Band. Mir ist auch kein zweiter davon bekannt. Ja, und die Kombinationen hier, die auf der Bühne anzutreffen sind, sind dann halt auch schon mega. So, jetzt waren wir bei den Gitarren. Natürlich gibt es ja auch noch das Schlagzeug und ich weiß, dass du, Thorsten, da ja auch eine sehr hohe Sammelleidenschaft hast. Ja, das ist so tatsächlich. Das habe ich schon vor, naja, 30 Jahren entwickelt, ungefähr diese Leidenschaft. Insbesondere sind es bei mir die Snare-Drums. Also das ist eigentlich die Haupttrommel, die zwischen beiden Beinen steht und man am meisten draufkloppen tut. Ja, Sammelleidenschaft-Tribute passt nicht so wirklich zusammen, weil es ist halt meistens so, dass du Instrumente gar nicht original kaufen kannst. Das heißt, du musst dir was einfallen lassen, um überhaupt an so ein Originalinstrument ranzukommen oder eben sowas nachzukreieren. Also ähnlich wie auch bei den Gitarren gibt es sowas halt nicht immer unbedingt seelenmäßig. Das kann bei einer Snare in dem Fall schon tatsächlich der Fall sein, ist auch der Fall. Also es gibt da so ein paar Signature-Snares von Lars Ulrich, die ich den natürlich auch habe, aber bei den Trumsets sieht es dann oftmals anders aus. Also aktuell dieses Purple-Sparkle, Sparkle, das ist dieses lila Glitter-Schlagzeug. Das war wirklich ein limitiertes Trumset, was ich mir dann auch holen konnte. Und es war eigentlich auch relativ wenig Aufwand, das dann letztendlich so zu pimpen, dass es halt auch wirklich so steht auf der Bühne, wie es beim Lars Ulrich auf der Bühne steht. Also quasi alle Ständer und was auch ich, die Becken, die so dazugehören, alles eben genau so zu kaufen, war in dem Fall kein Problem. Da gibt es halt ein anderes Trumset bei mir. Das ist dieses Silberne, also Silber-Sparkle. Das hat der Lars Ulrich auf der Load- und Reload-Tour gespielt damals. Das war halt so ein Augenmerk. Ein Set, was man eigentlich so gar nicht bekommt, weil diese Farbe auch bei Tama, also bei dem Schlagzeughersteller, gar nicht erhältlich war. Das heißt, das war also für Lars Ulrich auch damals schon eine Sonderanfertigung. Ich weiß nicht, wie viele Sets der davon hatte, vielleicht drei, vier, fünf Stück, schätze ich mal. Aber es war nie ein Serienschlagzeug mit dieser Farbe speziell. Da war die Recherche schon sehr intensiv, tatsächlich. Also hier erstmal herauszufinden, ist das ein lackiertes Schlagzeug oder ist da eine Folie drauf? Wie ist dieses Silber-Sparkle entstanden? Und anhand von alten Katalogen, die ich auch sammle, von Tama zum Beispiel, kann ich das tatsächlich auch rausbekommen und nachvollziehen, dass eben zu dieser Zeit, Mitte, Ende 90 war das gewesen, gar keine Sparkle-Lackierungen von Tama gemacht wurden. Die sind erst zwei, drei Jahre später tatsächlich gekommen. Und es war halt damals tatsächlich eine Folie gewesen, die der Lars Ulrich auf sein Schlagzeug bekommen hat. Das sieht man dann auch an den Schildern, an den sogenannten Badges. Das sind Typenschilder auf dem Schlagzeug, die normalerweise bei dieser Serie immer unterlackiert sind, also unter dem Klarlack drunter. Und in dem Fall waren da Badges aufgeschraubt, was für mich noch mal eine gewisse Schlussfolgerung hatte. Okay, das mit der Folie, das wird stimmen tatsächlich. Und ganz viele Bilder geguckt und Details und Bilder vergrößert. Und habe dann eben letztendlich auch gesehen, dass es wirklich eine Folie war. Und diese Folie konnte ich dann tatsächlich bestellen. Das ist eine Folie aus den USA. Und habe mir dann quasi mein Schlagzeug zusammengekauft. Auch die gleichen Kesselgrößen, wie es halt der Lars Ulrich dann spielt. Und habe mir das dann mit Folie, mit dieser Originalfolie beziehen lassen. Der Clou an der ganzen Sache ist halt, das ist halt dann so ein bisschen, ja, nerd. Dass ich mir noch ein ganzes Schlagzeug gekauft habe, um die Badges, also die Schilderchen zu bekommen. Aber die mussten natürlich auch auf dem Schlagzeug drauf sein. Das heißt also, ich habe ein komplettes Schlagzeug gekauft, nur um die Schilder abzuschrauben und auf mein neues Schlagzeug draufzuschrauben. Ich glaube, spätestens jetzt ist jedem klar, um welches Niveau von Nerdigkeit es hier geht. Aber auch im positiven Sinne eben, weil ja, das macht sich ja auch auf der Bühne bemerkbar. Also man merkt, euch ist es wichtig, so nah, wie es nur irgendwie geht, ans Original ranzukommen. Und jetzt waren wir sehr bei der Optik und euren Instrumenten und wie viel ihr da mitbringt. Wie ist es denn von der Setliste? Was bekommt man denn zu hören, wenn man auf eure Konzerte geht? Also die Setlisten für uns sind immer so ein bisschen an die aktuelle Tour von Metallica angeknüpft. Wir schauen jetzt immer, was spielt Metallica als Opener oder die Reihenfolger Lieder. Dann kommt auch hinzu, was wir gern spielen. Unsere Favoriten logischerweise. Und auch je nachdem, wo wir spielen, in welchem Club, wenn wir auch mal kurz mal überlegen, welche Songs wir reinholen könnten. Das Problem ist ja immer, wenn wir ja live spielen, ist immer einer, weil ihr sagt, ihr habt das nicht gespielt, das nicht gespielt. Ja, man kann nicht alles spielen. Und man versucht einfach von jeder, von jedem Album da was reinzubringen irgendwo. Ja, das ist jetzt die Original, die ganze Setliste wie Metallica live spielen, aber schon die Reihenfolge irgendwo und hier und da noch eben ein paar Lieder noch eben ersetzt und ausgetauscht. Ja. Auch war uns wichtig in der Vergangenheit, dass wir auch mal etwas unbekanntere Songs von Metallica gespielt haben, wie zum Beispiel, was man jahrelang bei Metallica weniger gehört hatte, Disposable Heroes oder sowas oder auch King Nothing. Das waren einfach Sachen, die wollten wir auch mal ausprobieren. Wie kommen sie beim Publikum an, wenn wir sie spielen? Und da war zu beobachten, dass bei ganz, ganz vielen ein ganz großer Überraschungseffekt da war. Also das hatten wir auch zurückgemeldet bekommen. Also nachher, wenn das Konzert praktisch vorbei war, wenn wir noch im Merchstand waren oder so, viele begeisterte Menschen, die genau das dann hervorgehoben haben. Also auch Metallica-Fans, die Metallica schon 20, 25 Mal gesehen haben. Und da hatten wir die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich einige auf uns zukamen und auch mal sagten, das Lied hatte ich von Metallica selbst noch nie live gehört. Also hatten die Personen, die waren ganz aus dem Häuschen, weil sie endlich mal live diesen Song gehört haben. Ja, da kann ich mal von meiner Konzerterfahrung berichten. Also ich habe mich irgendwo im Schweinfurtraum war das und ich stand bei euch am Merchstand und dann kam eine her und hat gefragt, ob es von euch auch eine CD gibt. Ich musste ein bisschen lachen, weil ich gesagt habe, ja, hol dir halt Metallica. Aber dann hat sie auch mal, nein, die sind viel besser. Und dann hat sie auch so ein bisschen angespielt auf Lieder, die man halt sonst nicht unbedingt live hört. Und ja, war halt auch auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung, wie die Leute da sind. Vielleicht können wir das ein oder andere Album mit ordentlich Bass einspielen. Genau. Kannst dich ja mal dafür stark machen, ja, auf jeden Fall. Ja, apropos Spielen. Viele fragen ja auch immer, wird es denn nicht langsam mal langweilig, immer nur Metallica zu spielen? Nö. Das ist ja Tribut. Das macht immer noch richtig Spaß. Wir machen es ja schon relativ lang. Wir machen ja eigentlich schon viel länger zusammen Musik. Also da gibt es einen harten Kern. Das ist der Chris, der Alex und ich. Wir machen seit 1988 schon zusammen Musik. Und mit Metallica war halt da immer schon irgendwo eine Präsenz. Für mich war das damals ein magischer Punkt einfach. Also als ich den Chris kennengelernt habe, der ist eben so aus dem Metal schon gekommen. Bei mir war das eher so ein bisschen die Hardrock-Richtung vielleicht maximal, aber auch viel Pop dabei und so Zeug. Aber letztendlich war es dann halt so, dass die Master of Puppets für mich so das mit das erste Album war tatsächlich von Metallica. Und das war auch der Song Master of Puppets mit dem Solo in der Mitte, mit dem Gitarren-Solo. Das war irgendwie so eine besonders musikalische Stelle für mich damals als Metal-Neuling. Das hat irgendwas Magisches gehabt. Und dann kam auch schon kurze Zeit drauf. Tatsächlich, das war in dem gleichen Sommer, die Injustice for All raus. Und das war für mich so eine Initialzündung gewesen. Das war brutal vom Sound. Der Tramsound war genial für mich. Die Musik, das Video One, was bei MTV rauf und runter gelaufen ist, hat eine Magie gehabt tatsächlich. Und das begleitet uns, also als Ratenkern, sage ich mal, jetzt ohne Dominik. Der ist ein bisschen später dazu gekommen. Aber das begleitet uns seit 1988, als wir unsere erste Band gegründet hatten. Auch da waren schon ein paar Cover-Songs von Metallica halt bei uns fest im Programm, obwohl wir eigene Musik gespielt hatten zu der Zeit. Aber man hat auch viel gelernt dadurch und sein Vorbild gehabt. Und natürlich auch dahin geeifert, das erreichen zu wollen, das so spielen zu können und so weiter. Oder ich will so Double-Bass spielen können wie Dave Lombardo und so hart Schlagzeugspielen wie Lars Ulrich, solche Dinge. Machen wir schon lang. Bisher wurde es noch nicht langweilig. Natürlich gibt es immer mal Phasen, wo man vielleicht sowas mal mehr hört oder auch weniger. Auch Metallica, wo man wirklich sagt, ja gut, jetzt habe ich keine Lust drauf, das zu hören. Aber live auf der Bühne ist dann das Ganze doch immer noch ein bisschen anders. Vor allem auch je nach Publikum. Also es gibt ja auch viel, also je nachdem, wie gefeiert wird. Und da erinnere ich mich auch an ein Konzert in Köln, als nach Fade to Black Thorsten-Sprechchöre laut wurden, weil die Double-Bass ziemlich gut gekickt hat. Und dann alle vor der Bühne standen, Thorsten, Thorsten. Also das heißt, ja, auch ihr als Tribute-Band habt ja sehr viele, ich nenne es jetzt auch mal Star-Momente, weil die Leute extrem viel feiern. Also ich glaube, wenn man eine selbst gegründete Band, also mit eigener Musik ist, passiert es wahrscheinlich nicht so schnell. Das heißt, ihr habt ja vielleicht auch schon den Vorteil, dass die Leute sehr eingeübt da noch herkommen. Zum Beispiel Metallica-Fanclubs sind ja auch ganz, ganz oft bei euch zu finden. Die machen dann auch ein bisschen Krawall in den ersten Reihen. Ja, das ist auch immer schön zu sehen. Manche Clubs oder besonders einen Club erkennt man sehr gut, immer wieder an den grünen T-Shirts. St. Anger. St. Germany. St. Germany, sorry. Also es macht natürlich immer Spaß, auch die Leute zu sehen und auch begrüßen zu können und auch einfach mal ins Gespräch reinzukommen. Viele von denen kennt man ja auch gar nicht erst mal. Und nach dem Konzert hat man dann schon mal das Vergnügen und auch gerne die Zeit, mit den Leuten zu reden und sich auch ein bisschen auszutauschen. Und da kommt schon ein bisschen was zurück. Das ist schon schön. Ja, manche reisen sogar auch extra ein bisschen weiter. Also es gibt ein paar Leute, die man kennt, die reisen euch ja auch nach. Und das ist eine coole Sache. Das muss man halt auch erst mal hinkriegen. Das stimmt, ja. Ein paar Hardcore-Fans am Start. Ja, man muss sich schon manchmal wundern, wie viele Kilometer solche Leute auf sich nehmen tatsächlich. Mit einem Zug anreisen. Was weiß ich, 400, 500 Kilometer aus... Ich fahre alle zwei Wochen 500 Kilometer nur, um mit euch proben zu dürfen. Ja. Alte Achtung. Ja, ne? Das war nicht immer so. Du machst dann eine Tribute. Ja, genau. Also ich bin ja leider der Grund, warum du so viel fahren musst. Der Spielverderber. Ich bin der Spielverderber, ja. Der Spielverderber in. Und irgendwie halt doch nicht, weil du kannst es ja trotzdem machen. Und ich bin ja auch gut und gerne dabei. Gut, ich würde euch natürlich gerne noch tausend Fragen fragen. Und ich glaube, das Thema kann man auch echt intensiv behandeln. Aber wir sitzen auf heißen Kohlen, denn heute ist Samstagabend und ihr seid ganz, ganz kurz vor einem Gig. Das heißt, wir packen die Koffer und dann düsen wir rüber nach Frankreich auf ein Festival. Und ja, vielen Dank für eure Zeit. Hat Spaß gemacht. Und dann einen schönen, gelungenen Abend. Danke auch. Ja, danke auch. Tschüss. 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 Vielen Dank.